Wir gehen gerade frühstücken, Freunde. Traumwetter. Aber wir müssen da rauf. Also wir haben noch einige stiegen vor uns. Freunde, heute ist ein besonderer Tag. Wir haben heute Jahrestag. Genau, also vor genau drei Jahren haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja. Das erste Mal gesehen. Jetzt sind wir immer noch zusammen. Sachen gibt es. Habt ihr nicht losbekommen? Ja, ihr habt ihr auch nicht losbekommen. Aber wir haben hier definitiv einen echt schönen Ausblick. Ich frage euch nur, warum wir jetzt hier nach unten gehen. Ja, wir sind uns vergangen. Wir sind uns vergangen. Oh Mann. Naja, was soll's. Aber, echt schön, oder? Richtig nice hier mit dem See. Kann was. So, und Mahlzeit. Freunde, jetzt wird auch ein Workout durchgeballert. Vielleicht sieht man es richtig am Schwitzen. Und da steht der Leipzig-Mann, Freunde. Hier richtig heftige Motivations-Speech am Start. Was euch interessiert. Das ist von... Fight the Devil is alive. Und es ist wieder soweit. Sonntag 19 Uhr. Für alle, die Zeit und Lust haben, ich bin jetzt live auf YouTube, Freunde. Einfach hochwischen und lasst uns gemeinsam auf das ein oder andere Video reagieren und die ein oder andere Fitnessfrage beantworten. Wir sehen uns auf YouTube.